Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Ransom. Es ist schon so ewig her. Es ist so ewig her. Und wir hoffen, dass es bei dir jetzt klappt. Also wir haben uns auch entschieden, wie bei The Forest, wir streamen jetzt nicht, weil das macht Malibus Rechner irgendwie im Moment. Es sieht aus wie eine Eichel. Oh geil. Ja, leck mich an der Sacknaht. Aber hörst du das, wenn du durch den Schnee läufst? Ja. Geil. Ja, hier waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Wir haben hier diesen, äh, dieses nette... Was macht das? Wir haben einen riesen Penis im Eingang. Oh. Okay. Ja, ein bisschen, also... Ein bisschen. Es war nicht so einfach, das zu laufen. Geht das wieder weg? Es sieht aus wie ein behinderter Penis, aber es ist ja egal. Er hat auf jeden Fall, äh, 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 er kann urinieren, wie man hier sieht. Ja. Hier ist schon der Strahl. Aber wie man sieht, es geht auch wieder weg. Ja schon, schöner Mittelstrahl. So. Da geht er wieder gut los. Ja, endlich wieder Rech. Wie gesagt, wir haben uns entschieden, ähm, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen auf. wieder ein paar folgen und so geht er ja auch ist ja nichts schlimmes und wir haben glaube ich zuletzt wirklich hier diesen diesen dings gebaut was für ein rentier der 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 reichste die bäume um komm raus es ist ein rentier und er reißt die bäume auf jeden fall die zwei jahre eben voll umgerissen es ist rudolf das weiß ich nicht müssen wir ausprobieren das ist das ja ich wieder ich bin hier helden vom dienst heute können wir noch nicht schleichen aber ich habe den punkt wieder gefolgt jawohl in den hintern ich habe den punkt wieder gefolgt dass ich wieder die sache anvisieren kann okay geil in den arsch in den arsch in den arsch nicht abreißen erst mal will ich nachladen okay wo müssen wir hin da wir müssen nur den schneespuren fragen stimmt deine spuren im see im schnee wo sind denn unsere kühldings die ich immer noch sie hat ein ordentlich gewonnen hat getrunken leider nicht das ist das problem ach so ich habe heute bei meinem schatzi neuen sneak energy stecker wir können die nicht sehen war zu dank ein bisschen weil er ist grün ist er unsichtbar naja wir haben auf jeden fall viel neues glaube ich wir haben mittlerweile jetzt pferde ich habe gelesen es kam zwischendurch noch mal ein update ja heute habe ich das gemacht aus dezember ist das ja aus dezember genau und da stand jetzt drin irgendwie dass man verschiedene kühe hat man hat jetzt kühe für mich und man hat kühe für fleisch und die können sich alle jetzt fortpflanzen so habe ich das verstanden die frage ist jetzt sowieso was haben wir zuletzt gemacht genau wir müssen erst mal haben wir noch hier drin ist schnee und kein tier hatten wir nicht schon eine kuh ne hatten wir noch nicht hatten wir noch nicht okay wir hatten kein geld das schnee ist hier drin schnee weil die tür auf ist das ist ja blödsinn dass hier drin schnee ist ja da gebe ich dir recht so ich nehme jetzt mal so ein zwei sachen hier vom wagen wie die säge oder das holz und dann müssen wir mal gucken wie weit wir überhaupt kommen mit sprit und weiß der geier ja 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 ist noch was da war entschuldigt das heißt wir müssen geld machen wie viel geld haben wir ja wo sehe ich das noch mal ach so da 124 dollar okay hammer wäre schön jetzt den weg zu sehen das ist gut geradeaus und rechts halten rechts und dann müssen wir wollen wir wo wollen wir hin erst mal was erst mal verkaufen haben wir was so viel haben wir gar nicht ein bisschen fleisch nee jetzt geht links und rechts straße ja da hinten habe ich ein tier gesehen okay das muss da erst mal ja da ich meine wir wissen ja bären bringt am meisten aber bleib doch stimmst du dummes ding ist auch echt schnell das wie ich in den arsch ich muss nachladen ich auch ich komme aber schon mal mit dem auto das ist eine gute idee so behämmert wie wir uns schon wieder hand hast du ihn habe ich ich werde ich muss sich in der bären jagd weil es ist glatt es ist so glatt du bist aufs fleisch gefahren nein nicht ganz so gut ja ich finde es ist ganz schön grau alles ne wenigstens schnee ja ist auch der meinung dass er eigentlich schon lange wieder weg ist weil da stand irgendwie die zöber update ja bei mir auch aufgehoben und es soll eigentlich recht schnell wieder vorbei sein stand da ein stell doch die kacken kultur da wieder hin dem ich ja ochse ich gehe hier hat mal auf die andere straßenseite weil ich war noch rentier okay tut mir ein bisschen weh und donner und blitzen zu töten wo bist du hallo hier bei mir aber geht ein werk gelaufen ich habe mal müssen weihnachtsmusik angemacht auch wenn wir kein weihnachten haben am auto oder bei dir zu hause das ist das video gesperrt wird glaube ich kenne das ist egal oder weihnachtsmusik ist immer gut kann ich auch rutschen ich hab sofort stehen ja wollen wir mal gucken dass wir ein paar bären kriegen ich weiß ja nicht wie die weihnachtlich und winterlich drauf sind heute und kann die eine mütze auf wir müssen genau hinter den hinterm baumarkt da weg ja ich glaube ich weiß noch wie ich da hinkomme ja wenigstens einer von uns musik ausgemacht ich doof ich wollte doch nur die mutung achtung ist richtig auf jeden fall bei diesem neuen shaker von sneaks ist der neue geschmack dabei gewesen neon punch und es ist so egal ist es ist so lecker da dachte ich wenn wir heute aufnehmen könnte ich mir seit langer 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 zeit wieder eine energie fragen mich gerade ist es wirklich glatt oder ich hatte das gefühl ist echt glatt ja ist es ja du bist ja vor allem slide hier so da ist doch wer da ist doch wer der bär vielleicht sollten wir genügend zeit haben und die knarre aus 6 schwerer nachladen ja macht ja nichts ich habe so zack ich gehe mal gerade zu fuß stipp weiter ich habe ihn schon zerlegt ja ich hole mir ja es war komisch dass die straße hier so leuchtet ja das ist so strange irgendwie stimmt hier oben da war doch dieses bären treffen da hinten ist einer genau ich komme gleich nach ja ich bin ganzes stück mit my car ist auch sehr dunkel die ganze karte ja ich glaube ich muss mal licht an sie die zuschauer viel mehr wir wissen dass die karriere fernlicht ich hab dich ballern hören aber wo bist du hier bin ich ich glaube ich muss auch gleich mal fahren dann fällt es nicht auf dass ich immer dagegen fahre oh der ist voll ja haben wir auch schon zwei rentiere drin man kann man da vorne auf den teich kann man da rauf kann man da rauf teich probierst du einfach mal aber ich vergesse immer dass ich hier selber den motor an machen muss ja kein gta nee 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 muss man einfach mitdenken das ist gar kein teich oder nein scheinbar nicht aber so aus ohne licht mal gucken ab und zu hocken wir auch hier oben irgendwo das glaube ich da jetzt rauf so nicht vielleicht der links zwischen den bäumen da ist ein bisschen schräger oh da hätte ich jetzt nicht gedacht dass wir rauf kommen cool allradantrieb ne all wheel drive but no beers schön mit dem schnee ab beers no beers ja das beer ist dasselbe wie beers also Bier und Bären Bier das hätte jetzt auch in den teich gehen können so gibt es hier irgendwas schönes zu sehen heute ist noch eine Mühle guck mal da wie sie sehen sehen sie nichts haben wir nicht bei der Mühle schon ja glaube auch da sind wir noch was wollte ich jetzt sagen da sind wir durch die Felder gelaufen glaube ich die Felder ja da waren ja auch so ein paar Felder die werden jetzt ja wahrscheinlich weiß sein wie 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 alles vom aria c sicherheitstraining ja wer kennt es nicht warum sieht es aus wie ein c wie 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 das ist richtig schön voll besinnlich halt so ja also eigentlich waren die den ihr dem her hier da oben drauf fahr Nummer also paar reichts so Body waren wir ja gerade schon sind dann vielleicht sind da unten nur welche na man weiß es nicht man weiß es echt nicht anga wau Alter. Auf dem Berg warst du eben, glaube ich, was? Ja. Wir haben eben einen Speicherstand geöffnet, in dem wir das letzte Mal versucht haben, ob meine Technik immer noch so rumspinnt. Und Zitat ist, darum haben wir ja auch heute erst weitergespielt. Und dann habe ich das geladen, den Speicherstand. Ich saß, ich stand auf diesem Berg dort oben. Aber auf der anderen Seite davon. Sehr weit unten. Gott. Das ist nicht schön. Viele Bären. Was? Ah, nee, das sind Bäume. Nee, das sind Bäume, alles gut. Es standen nur drei Bäume so nah aneinander. Ja, das war ganz schön krass. Dann konnte ich quasi... Wollen wir verkaufen gehen? Können wir machen. Dann konnte ich quasi in die eigentlich nicht begehbare Map laufen. War gar nicht so schlecht. Nee, ne? Nee. So, an der nächsten Straße links. Oder wieder links. Wie war denn dein Silvester? Ähm, hell-dunkel, hell-dunkel. Montag? Nee. Okay. Ähnlich. Äh, wo war denn das? Ah, hinten oben? Ja. Mach nichts, ich gehe. Nee, echt gut. Ähm, aber lang. Also wir saßen... Also ich bin um sieben ins Bett. Oh, Schreck. Also, Hühnerfrikadelle, Huhn und Quark. Preismultiplikator, sonst nirgendwo. Ja, gut, egal. Können wir auch hier das Fleisch verkaufen. Also wir kriegen... Oder wir warten bis morgen, aber... Ein bisschen Geld brauchen wir, glaube ich, ne? Ja. Wer haben wir denn? Ja, wir brauchen unbedingt... Äh, 255. Alles verkaufen. Ja. Ja. Das Hedwig. Äh, der normale Laden, war der da? Da, ne? Ja. Ja, also habt ihr schön durchgezogen, ja? Wir haben schön durchgezogen. Wir haben so ein bisschen hin und her. Also, wir saßen eine Zeit lang in der Küche. Wir saßen dann aber auch im Wohnzimmer. Haben ein bisschen Hot Wheels Unleashed gespielt. Also so ein bisschen Autorennen. Okay. Und zwischendurch haben wir halt sowas wie 10.000 oder Hangman oder so ein Blödsinn gespielt. Schlimm, wenn ich das nicht kenne? Was? Schlimm, wenn ich das nicht kenne? Äh, nein. Ist nicht schlimm. Wahrscheinlich. Also, Hangman kennst du, ihr Galgenmännchen. Achso, ja. Guck mal, hier ist Weihnachtsdeko am Haus. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir in unserem Haus auch Weihnachtsdeko haben. Weihnachtsdeko. Was sind... Also, hier gibt's jetzt Milchbullen. Ich will mal sehen, was ein Milchbulle ist. Ehrlich mal. Naja, ein Bulle auf jeden Fall. Das ist ein Zwiller. Achso, Milchkuh und Milchbulle. Und Rindfleischkuh und Rindfleischbulle. Ah. Siehst du, man braucht jetzt die richtigen, damit die auch... Schwein männlich und Schwein weiblich. Mhm. Siehst du, brauchen wir jetzt. Ja, wir können uns bis jetzt nur eins holen. Wollen wir mit Schweinen anfangen? Die sind günstiger. Können wir machen. Mit einem Weibchen? Mhm. Willst du? Ne, mach ruhig. Okay. Ich guck noch mal weiter runter, ob es hier noch was Neues gibt. Dann nehm ich noch einen Sack Weizen vielleicht mit, ne? Kann ich schaden. Ja, kann ich schaden, das stimmt. Wir haben zwar, glaube ich, noch zwei stehen. Ja, aber so ein Schwein, das frisst ja schon ein bisschen was, ne? Kugeln hatten wir, glaube ich, auch noch ein paar. Es kommen Schafe und Ziegen dazu. Oh, es gab Halloween-Kürbisse, oder? Es wird sie erst an Halloween geben. Weiß ich nicht. Aber waren hier nicht mal auch Pferde, die bald verfügbar sein sollten? Ja. Die sind rausgenommen. Die sind schon wieder raus. Hm, sind unten nicht mehr drunter. Aber dafür sind Ziegen und Schafe. Finde ich ja eigentlich auch ganz cool. Ja. Ach, das ist doch doof mit den Pferden. Ja. Oder sind die jetzt in einem anderen Laden vielleicht? Weiß es nicht. Vielleicht ist das nicht gelohnt, weil keiner geritten ist, weil man auf dem Pferd eh nicht viel mitnehmen kann. Weil keiner geritten ist. Raumarkt, Tankstelle, Best Burger. Vielleicht auf der Ranch, die ist jetzt eingetragen. Da ist eine Ranch eingetragen. Das ist unsere. Oh Gott, ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. Ach, schweinig. Ach, stimmt. Wir haben ja ein Schwein. Ja. Warte, ich mach mal Platz. Fuck. Wollte ich gerade sagen. Kriegen wir das überhaupt mit? Ähm. Du musst mal gerade... Wie kann ich das jetzt auch noch anhängen? Wie ging das denn nochmal? Wo konnte man das noch anhängen, oder? Ich komm hier nicht durch. Du bist zu dick. Ja, nee, ist klar. Meine Frau hat auch schon gesagt. Wird echt zu mir heute gesagt. Oh, du fette Schwein. Ähm. Nur weil ich mich drauf gesetzt hab, weißt du? Hm. Doch, eigentlich am Tankzapfen. Aber der ist leer. Deswegen will er das vielleicht nicht. Ah. Gut, dann machen wir erstmal das da rein. Erstmal das Schwein. Und dann den Rest. Oder, okay, dann machen wir das Schwein. Ich weiß nicht, was jetzt schon geht. Passt es? Nee. Ich muss erst das Fahrzeug entladen. So. Ach, guck mal. Es steht aber... Oh Gott, ich starr da heute. Es steht aber auch... Es steht aber auch... Es steht aber auch... Es steht, es steht, es steht. Oh, ich bin so... Hm. Alles untergekriegt, oder nicht? Okay. Dann geh mal Schnur. So, muss ich lang? Ja, geradeaus. Geradeaus? Ja, so ziemlich. Dann kommt dann gleich der Weg. Und dann... Heute kann ich nicht lachen, weißt du? Ich hab's selber gemacht. Mal in die andere Richtung lenken. Huch, ich hab eh gedrückt. Warte. Müsst du den Motor auch anmachen, ne? Alter. Das ist cool. Oder? Nee, 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 nee. Links? Äh, links, ja. Ach ja, hier ist das Stück. Und dann musst du jetzt hier irgendwie gleich hoch. Nur geradeaus, ja. Nee, nee, du musstest hier links hoch. Wir müssen bis hier der Straße folgen? Ja, wir haben ja hier keine Straße. Ach ja, stimmt. Du musst jetzt ziemlich links. Du bist ungefähr auf der Straße. Ja. Ungefähr. Kann auch sein, dass du ein bisschen weiter rechts bist oder so, aber... Du wirst die... Ja, ein bisschen weiter rechts. Alter, meine Kamera dreht sich immer so eklig mit. Das ist ein Auto. Da bin ich richtig, ne? Das ist gut. Hier muss man hin. Ja, so wie wir schon mal die... Boah! Boah! Wo ist Haltestelle? Ich kann nicht richtig lang. Links, 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 links. Jawoll! You got it! Wer bremsen verliert? Ich kann... Ich hab grad nichts gesehen. Also scheiß Kamera. So. Sehe. Ah, verdammt. Oh Gott. Hoch! Wo ist das Schwein hin? Es läuft weg, es läuft weg! Oh Gott, wo ist es? Ich seh es nicht! Da ist es. Du freches Ding, komm mit. Das hatten wir schon mal. Irgendwann ist uns schon mal eine Kuh weggelaufen. Ja. Du hast das Schwein verloren. Ich merk's. So, dann machen wir doch mal was zu essen. Alles Sau, du. Komm mal mit hier. Komm mal bei mich bei. Ja. Wir müssen noch Wasser für dich kaufen. Wir haben noch kein Wasser hier. Ich find's hier drin ganz schön dunkel. Stimmt, wir haben auch Licht, ne, am Kopf. Ja, ich weiß, aber ich find's hier drin ganz schön dunkel. Ja, wir haben noch nicht alle Lampen angebaut. Wir hatten nur so ein, zwei, glaub ich. Ja, warte mal. Doch, da. Man muss hier nur einschalten. Achso, man muss hier nur einschalten. Ja, natürlich. Im Zeiten von Stromverbrauch und so. Aber an die da oben kommen wir nicht ran. Wie dumm ist das denn? Ja, deswegen hab ich die, glaub ich, auch wieder weggenommen, oder? Weiß ich nicht. Aber so hat das Schwein hier auf jeden Fall ein bisschen Licht. Ja, auf jeden Fall. So, Wasser hat es auch. Raus muss es jetzt nicht mehr. Entschuldige. Die Hühnchen sind auch schon alle drin. Ich mach mal den, den Ding ins... Ach, ich muss das mal sauber machen, Alter. Was ist denn... Ihr habt ja hier geschissen, das ist ja... Das ist ein Ei. Ah, da war der Korb. Oh, 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 oh. Sehr, sehr langweil. Ich hab ein befruchtetes Ei. Ich muss mal eben einmal um das Haus laufen. Mach das mal. Lass die auch nicht erfrieren hier draußen. Oh, ich hatte die Tage erfrorene Eier im Stall. Echt? Ja. Also, die lagen im Stall, aber waren unter das Heu gerutscht. Und darum lagen die halt auf dem Metallboden. Und die waren echt erfroren. Die waren steinhart. Krass. Ich leg das wieder zu dem anderen hinten in die Ecke, ne? Dass wir das so ein bisschen auseinanderhalten können. Da liegt noch eins neben dem Cheetahaufen. Okay. Boah, ich seh den weißen Punkt nicht auf weiß. Das ist ein bisschen gemein. Ja. Wo ist er da? Machen wir erstmal die Schiete weg. Das ist... Ganz normales Ei. Unbefruchtetes. So, das Schöne ist ja, wir haben ja jetzt Anzeigen wegen Wasser, ne? Das ist toll. 4,9 und so. 2 von 7. Sieht man auch super weiße Schrift auf weißem Schnee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, ich mach mal da... Wir sind auch voll umweltbelustig. Wir lassen einfach das... Die Batterie ist morgen leer, ne? Vom Auto. Ach, wat? Ich war ja auch noch nicht fertig mit Ausladen und so. Aber wohl doch. Einen schon. Na gut, dann. Warte mal. So, machen wir mal schottendicht hier. Halt! Ich bin noch... Oh Gott, ganz knapp durchgeflutscht hier. Schön mit Vaseline. Voll die Türen, voll das Gesicht. So, was ist eigentlich hier mal mit Licht? Kann man hier Licht anmachen? Gibt's hier einen Lichtschalter? Such einen, warte. Warte, hier. Zack. Wow. Hammer, wie viel Licht das macht. Wow. Warte, ich mach mal mein... Wow. Ich bin voll geblendet. Alter. Blinded by the light. Ich mach mal überall Licht an. Wo hast du denn das angemacht? Da war ein Lichtschalter an der Wand. So, und das... Die Stehlampe macht schönes Licht. Das war hier neben der Tür. Oh ja. Lichtschalter. Also, im Bettchen ist es denn romantisch wenigstens. Ja. Ich bin so geblendet von meinem Licht. Ah, hier ist Musik. Tür öffnen. Achso, hier ist... Die Abstellkammer, die man irgendwie immer noch überhaupt nicht für irgendetwas braucht. Hier macht der Fernseher jetzt Licht. Boah, das war laut. Ja. So, jetzt haben wir alle... Oh, das ist gruselig. Boah, Betty? Das Radio ist aber auch gruselig, ne? Hier sind alle Lampen an, die wir hier mal rausgefunden haben. Hier ist noch eine. Hier muss irgendwo ein Lichtschalter sein. Ich mach das jetzt meine Aufgabe, ihn zu finden. Ich hab noch nicht einen einzigen... Da ist er, ne? Warte. Ja. Ja. Zack. Wow. So. Jetzt kann man sich wenigstens ein bisschen bewegen, ohne übergegen zu rennen. Ja. Jetzt tut man in den Dunkeln. Aber die Beleuchtung ist schon richtig für den Arsch. So. Ja, also die Stehlampe ist schön. Ja, die Stehlampe ist schön. Okay. Dann schlafen. Ja, die Stehlampe ist in dem Dunkeln. Vielen Dank.